Wir haben von Anfang an immer an der Entwicklung und dem Ausbau dieser Plattform gearbeitet und werden das auch in Zukunft natürlich machen. Es geht darum, die Möglichkeiten eines Online-Mediums so innovative mögliche auszuschöpfen. Wichtig ist dabei, dass die Innovationen und die Neuerungen, die wir machen, vor allem am Leser auch einen Mehrwert bieten. Mittlerweile haben wir uns in der Schweizer Reisebranche, aber einen benachteiligen aus dem Ausland, bei Touristikern von allen Stufen, einen guten Namen machen können. Was uns besonders freut, ist auch, dass wir immer mehr Reisende und Konsumenten zu unseren Leserinnen und Leser erzählen können. Mit Travel News wollen wir stets am Puls der Reise- und Tourismusindustrie sein und über das aktuelle Gespräch berichten. Mit News, Analysen, Hintergrundberichten, Videos und mehr. Ich arbeite bei Travel News.ca während einem Jahr als Teil meiner touristischen Ausbildung. Für mich ist es toll, so nahe am Tourismusgeschehen mitzweichen zu können. Bei so einer jungen Firma mit so einem coolen Team. Unser Bestreben war es von Anfang an, dass man Travel News auf verschiedenen Geräten lesen kann. Sei es Desktop, sei es Tablet, sei es Smartphones. Dass das die richtige Entscheidung war, zeigt die Entwicklung der letzten Monate. In dem, dass wir immer mehr feststellen, dass die Leute von Desktop überwandern zu Smartphones und Tablets. Travel News ist sieben Tage, 24 Stunden immer aktualisiert. In nur drei Jahren ist Travel News zu einem renommierten Reise-News-Portal geworden. Es entwickelt sich ständig weiter, sei es in den Werbemöglichkeiten oder im redaktionellen Bereich. Travel News.ca bietet Ihnen die Möglichkeit für innovative und zeitgerechte Online-Kampagnen. Das beginnt bei den Ideen bis hin zur Umsetzung und zur Realisation der ganzen Kampagnen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, bei uns auf Travel News.ca sowohl den Trade als auch den Endkunden anzusprechen. Noch heute ist Travel News in dieser Form einzigartig. Wir beleuchten die ganze Tourismuswelt, Incoming- und Outgoing-Bereiche. Modern, kompakt, lesenfreundlich und die Social Media-Integration ist Standard. Die Travel News Plattform bietet für Werbetreibende ein breites Spektrum und gute Selektionsmöglichkeiten nach Themen und Lesergruppen. Bei uns erfahren die Leser die jüngsten Trends der Reiseindustrie. Was boomt, was floppt. Aber wir bringen auch Personalwechsel, Karriere-Tipps, News zu Reisezielen und Updates zu Naturkatastrophen. Und natürlich widmen wir uns auch Themen wie den beliebtesten Reiseziel, Hotels, Airlines oder Strände. Viele Chat, kann man sehen? Vielen Dank.